Da bin ich wieder. Telefonrat ist zu Ende. Wir können weiter zocken, können weiter aufnehmen und weiter die Welt erkunden. Wo waren wir denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir hin sollten. Was mich nur immer wieder erstaunt hier, ist die Biosgrenze hier. Wir haben ja hier eine komplette Biom-Grenze. Weg da! Ich bin kein Schlangenfutter. Bin ich nicht, so sehe ich auch nicht aus. Aber hier die komplette Grenze, seht ihr das? Ist schon echt irgendwie sehr bemerkenswert. Was haben wir da? Eine Höhle? Ah, gehen wir weg da. Da ist ein Strauß. Ich würde sagen, ja, dann gehen wir da hoch, ne? Würde ich sagen. Gucken wir mal, was da oben so schön ist, auf uns wartet. Wenn da was wartet, das sehen wir ja dann. Okay. Dann lass uns doch mal gucken. Dann lass uns doch mal gucken, was ist hier. Oh, sehr schön. Da müssen wir ja hin, ne? Da müssen wir ja hin. In der Regel müsste das ja klappen, ne? Eigentlich. Nehmen wir die Erde. Wo haben wir die Erde? Da. Packen wir die mal hin. Ah, jetzt haben wir zwei Schlangeneier noch in der Tasche. Ähm, ja. Oh, da könnten wir... Oh, ja. Ich weiß, was wir gleich machen. Wir werden uns von den Leitblöcken hier, werden wir uns welche abbauen. Aus dem ganzen Grund, damit können wir nämlich Kohle machen. Und die kann man dann schön dezent in den Ofen hauen. Quasi die hier. Dann nehmen wir aber unseren Vorschlaghammer. Das ist Sand. Wow. Ja, dann. Ja, dann. Wenn da nur Sand ist. Ich habe gedacht, das wären die Leitblöcke dann. Ah, komm, schwimmen wir mal da rüber. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Sand, Sand, Sand. Noch mehr Sand? Ähm. Ja, ja, ja. Wohin, wohin, wohin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden mal gucken, was hier so schön ist, alles auf uns wartet. Was noch so hoch über die Füße noch kommt. Oder vor die Füße läuft, sagen wir es mal besser. Den haben wir ja schon. Den haben wir ja schon. Nee. Sö. Was steht da? Da ist ein Häuschen wieder. Da ist ein Brunnen. Den könnten wir mal inspizieren. Dann lassen wir es mal gucken. Viel ist hier nicht, ne? Da scheint ein Bett drin zu sein noch. Aber mittlerweile brauchen wir ja keine Betten mehr. Das ist ja mittlerweile, ist das ja, haben wir so viele Betten. Der Brunnen, der interessiert mich viel mehr. Ist doch gut jetzt. Scheint aber auch nichts Besonderes zu sein, ne? Der scheint auch nichts Besonderes zu bleiben. Da haben wir noch ein bisschen Zuckerrohr. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal in Ruhe weitergehen. Hier, ne? Durch die knallharte Wüste. Guck mal, nächstes Dorf. Das nächste Dorf. Na, guck mal, was wir da so schönes finden. Oder was die da haben. Wir laufen hier wirklich von Dorf zu Dorf, ne? Kann das sein? Irgendwie ja schon, ne? Irgendwie ja schon. Die haben auf jeden Fall wieder Gleise im Angebot. Drecksschlange. Drecksschlange. Elefanten haben wir auch hier, mal wieder. Hier und da. Inverzahnräder, die Gleise nehmen wir auch mit. Gehengüter, aber warum braucht man nicht? Gehengüter, die Gleise haben wir auch mit der Gleise im Angebot. Hier und da. Haben wir hier noch was? Nein. Da gucken wir mal von oben, ne? Wie sieht die ganze Geschichte von oben aus? Also viel haben die hier nicht, wie ich sehe. Wir können die Häuser noch inspizieren, aber das war es dann auch, ne? Gucken vielleicht, was die an Gemüse hier noch so haben könnten. Haben, haben, hätten, haben, ne? Geh mal runter. Du sollst ja runtergehen. Aha. Na Priester. Was willst du denn mit verrottetem Fleisch? Da können wir mal eben reingucken. Blunzen. Nur Bücherregale, Bücherregale brauchen wir. Ja, es wird laut. Rettungswagen. Habe ich dich gestört? Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich wollte dich nicht bei deinen Aktivitäten stören. War keine Absicht. Ich wollte, ja. Bin ich jetzt nachher noch schuld, ne? Kartoffeln, Weizen. Hm. Hm. Ich hab dich nur gerettet. Ich hab dich nur gerettet. Oh. Portion of Cruiser. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Ich glaube immer nicht. Hm. Da hinten war das Ding. Ich vermisse hier das Holz mit... Das Holz. Das Haus mit den Kisten. Ich vermisse das Haus mit den Kisten. Das ist Treibsand bestimmt. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Da ist das Spawner. Tanaka. Jetzt sind wir in Tanaka. Ja, gut. Hallo. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Hm. Weiße Wolle. Okay. Wenn das so ist. Hier haben wir aber Karotten. 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 Das war's, ne? Viel mehr haben die hier nicht. Ja, sehr komisch hier, ne? Oh ja. Ein sehr kleines, ruhiges Dorf. Wobei ich habe auch... Die haben keine Schmiede. Seht ihr das richtig? Nö. Nö. Haben die nicht, ne? Nö. Oder habe ich mich jetzt irgendwo... ...irgendwo ein Haus vergessen? Da ist Treibsand. Da ist die Kirche. Die kleine süße Kirche. Da ist der Dings. Da ist der Dings. Da ist der Dings. Da ist der Dings. Oh. Darksteel. Oh, Darksteel ist... Und was haben wir hier? Stachel. Ja, das ist doch sehr schön. Nehmen wir die schon mal mit. Dann könnten wir mal eben schwarzen Sand... Ja, komm, den stellen wir mal da hin. Haben wir hier irgendwo noch eine leere Kiste. Die ist voll, aber da passen. Die Eier packen wir da rein. So. Die, guck mal, die ist leer. Da. So. 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 Dann holen wir da ein Regenbogen-Curry raus. Ne? Ein Regenbogen-Curry. Können wir schlafen? Ja, können wir. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir gleich weiterreisen. Dann können wir nämlich gleich weiterreisen. So. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Geh mal weg da. Geh mal weg da. Ich hab gesagt, du sollst da weggehen. Wir sind jetzt da. Das heißt, wir müssten ja irgendwann mal wieder da hoch da, ne? Da ist die Burg. Heißt, 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 heißt. Wir könnten hier so langsam mal da rüber gehen. Quasi dann da lang. Dann machen wir das doch. Dann mach... Ja, ist aber gut, dann machen wir das doch. Ein Wolf oder ein Kojote. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Wolf oder Kojote. Na 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 das ist ja wenn wir eine Höhlen-Tour machen oder so dann kann man die ja mitnehmen und dann gucken wir mal hier geht es runter, dann geht es da erst gucken bevor wir hochklettern wer weiß was uns da oben erwartet wer weiß was uns da oben erwartet aha da ist Lava da sind Smaragde da sind ja Smaragde, da ist ein Piratenboot oder so also wie wir sehen, sehen wir nichts und davon sehr viel außer einer wunderbaren, bezaubernden, eindrucksvollen Landschaft ist das ja hier mal wieder da können wir eigentlich auch schnell rüberschwimmen machen wir auch da bauen wir irgendwann mal eine Burg drauf, oder? da können wir ja wirklich irgendwann mal eine Burg bauen alter wie geil sieht das denn aus äh, das ist doch mal phänomenal der sieht wirklich geil aus da schön die Brücke drüber, da ganz oben da wird doch, da wird doch, ist doch sehr sehr schön, ja ja, ist doch gut, ja ja, ist in Ordnung, habe ich alles verstanden ich kann schon voll und ganz nachvollziehen, da du das so empfindest bin ich ganz bei dir oh, jetzt haben wir hier noch anderen, anderen Rasen das sehe ich, und da ist ein Pferdchen irgendwie gefällt mir das hier nicht bitte die 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 Vielen Dank.